Hallo und willkommen bei HardwareRat. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 14.2015. AMDs R9 390X könne eine Grafikkarte mit zwei GPUs sein. Die Vermutung liegt daran, dass Liquid VR eine Grafikschnittstelle für Virtual Reality zwei GPUs benötige. Diese wurde aber mit einer R9 390X vorgestellt. Dies sollte dann auch erklären, warum die Grafikkarte 8 GB ein Videospiecher hat. Das wäre dann 4 GB pro GPU. Eigentlich weist der Name R9 390X drauf hin, dass es sich um keine Dual GPU Grafikkarte handelt. Allerdings war die HD 5970 auch eine Dual GPU Grafikkarte und die 6970 nicht. Am wahrscheinlichsten ist aber, dass es so sein wird, dass Liquid VR einfach mit einer 395X2 oder zwei 390X vorgestellt wurde. Also nur ein Fehler. Die nächsten AMD High-End Prozessoren, die 2016 erscheinen, sollen im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Die AMD High-End Prozessoren mit dem Codenamen XEN erscheinen Anfang 2016 zuerst für den Servermarkt. Später dann für den Desktop-Bereich. Das Besondere an ihn ist, es ist keine modulbasierte Architektur. Mit dieser neuen Architektur möchte AMD wieder Intel Konkurrenz machen. Scheinbar soll es Prozessoren mit bis zu 16 Kernen geben. Ich denke mal aber eher, das werden Serverprozessoren sein. Für den Desktop-Markt sollen es scheinbar bis zu 8 Kerne sein. Neu dazu kommt natürlich die DDR4-Unterstützung, sogar mit Quad-Channel. Hyper-Threading, also jeder Kern hat zwei Threads. Eine Grafikeinheit der nächsten Generation soll auch mit dabei sein. Und die sonstigen neuesten Standards, wie Pisa Express 3.0 oder M2. So ziemlich sicher ist, dass sie in 14-Nanometer-Verfahren wahrscheinlich von Global Foundries gefertigt werden. Diese würden dann aber leider nicht in Dresden gefertigt werden, denn in Dresden werden keine 14-Nanometer-Prozessoren gefertigt. Vielleicht wird dann ja aber in Zukunft in Dresden die nächst kleinere Strukturbreite gefertigt. 2017 will dann AMD High-End-APUs herausbringen. Das sollen dann Chips mit bis zu 300 Watt Leistungsaufnahme. Das heißt, eine GPU passend zur CPU auf einen Chip, wie bei den derzeitigen Konsolen. Man könnte es sich dann so vorstellen, wie als wäre jetzt ein FX-8350 mit einer R9 280 auf einem Chip. Das dann aber erst 2017. Samsung wird Hauptfertiger des Apple A9. Die Apple A9 von München nach Berlin, äh ich meine den neuen Sock von Apple, der dann im kommenden iPhone und iPad werkeln wird, wird dann hauptsächlich von Samsung gefertigt. Weil Samsung wahrscheinlich nicht genug produzieren kann, haben sie sich noch Global Foundries hinzugeholt. Damit ist allerdings TSMC komplett aus dem Rennen. Apple wollte sich ja von Samsung losbinden und hat deswegen die Chip-Produktion auf TSMC verlegt. Das ist jetzt wohl gescheitert. Für TSMC kamen die Auswirkungen rasch, denn der Aktienkurs ist ziemlich eingebrochen. Auch andere Hersteller, wie zum Beispiel Qualcomm, sollen auf Alternativen setzen, weil sie mit TSMC unzufrieden sind. Samsung ist 2014 mit Global Foundries eine Partnerschaft eingegangen, um TSMC abzuhängen. Deswegen kann auch Global Foundries Samsung 14nm Prozess nutzen, um für AMD 14nm Prozessoren zu fertigen. TSMC hat sich aber das Ziel gesetzt, bis 2016 wieder aufzuholen. TSMC fertigte auch die Radeon und GeForce Chips. Nachdem AMD mit Mantle die CPU-Leistung bei Spielen deutlich erhöht hat, möchten sie jetzt Ähnliches bei der Grafikleistung machen. Also auch mit einer API. Doch wie genau soll das funktionieren? In einem Video hat AMD das ungefähr so erklärt. Man kann es sich so vorstellen, wie auf einem Highway, zwischen dessen Autos noch Lücken sind. Diese Lücken bleiben dann nicht ungenutzt, sondern werden aufgefüllt. So, dass praktisch keine Arbeitsenergie ungenutzt bleibt. Und das soll mit sogenannten Asynchronous Compute Engines, kurz ACE, passieren. Jede ACE hat dabei acht voneinander unabhängige Kommandoströme. Jeder Kommandostrom kann unabhängig vom anderen in die Berechnungspipeline eingespeist werden. Je nachdem, wann die Ressourcen frei sind. So, damit praktisch alles immer gut ausgelastet wird. Das Prinzip erinnert mich ein wenig an Hyperthreading von Intel. Scheinbar soll jede GCN-GPU ACE unterstützen. Also jede AMD-Grafikkarte ab der HD7000. Maxwell von Nvidia soll zu so einer Technik nicht in der Lage sein. Bei den AMD-GPUs sind aber auch verschieden viele ACE-Einheiten verbaut. Der große Tahiti-Chip hat nur zwei ACE-Einheiten, obwohl der deutlich kleinere Bonnayer-Chip vier ACE-Einheiten hat. Das aktuelle Flaggschiff Hawaii, also von der R9-290X und 290, sollen acht ACE-Einheiten verbaut sein. Wie schon sicherlich jedem von euch aufgefallen ist, gibt's bei WhatsApp jetzt eine Anruffunktion. Dabei kann man ähnlich wie bei Skype jemand übers Internet anrufen. Allerdings aufpassen, erlaubt ist das nur bei ein paar Mobilfunkanbietern. Bei vielen Anbietern ist nämlich Voice-over-IP verboten. Bei Kongstar ist es nicht erlaubt und sie benutzen das Telekom-Netz. Die Telekom filtert für Kongstars solche Voice-over-IP-Gespräche heraus und bricht sie einfach ab. Wer allerdings Direktkunde bei der Telekom ist, bei dem ist das erlaubt. Andere Anbieter verbieten es, aber brechen die Gespräche nicht ab. Theoretisch gesehen könnte es dann aber passieren, dass man deswegen eine Abmahnung bekommen kann. Also eine Art Strafe dafür bezahlen. Deswegen vorher lieber beim Anbieter nachschauen, ob dieser so etwas verbietet. Sonst am besten ganz normal übers Mobilfunknetz telefonieren. Gigabyte überholt Asus, was die Mainboards angeht. Asus, der ewige Marktführer, wird nun überholt. Im ersten Quartal 2015 lieferte Gigabyte 4,7 bis 4,8 Millionen Mainboards aus. Asus nur 4,5 Millionen. ASRock und MSI je 2,8 bis 3,2 Millionen Mainboards. Allerdings handelt es sich bei ASRock und MSI um eine Schätzung für dieses Halbjahr. Wenn man das mal vergleicht mit Gigabyte oder Asus, die 4,8 beziehungsweise 4,5 Millionen Mainboards in einem Quartal verkaufen, ist das sehr wenig. Das war es dann mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.